Also ja, es gibt schon jemanden in meinem Leben, aber ich glaube, dass das für mich momentan nicht erwähnenswert ist. Also es ist nichts, wo ich jetzt sage, dass das, yo, sondern ich glaube, dass meine Ex-Freundin da immer noch für mich ein ganz großes Thema ist und dass ich, glaube ich, mit allem anderen vielleicht auch versuche, aus dem Weg zu gehen, dem, was ich eigentlich fühle, nicht wirklich auf mich rankomme, eigentlich, also es gibt immer wieder Situationen, wo mich gewisse Dinge so erschüttern, dass ich dann immer wieder merke, so, oh mein Gott, ich bin doch ganz schön emotional da drin. Ich weiß, dass momentan halt auch wieder Männer eine große Rolle spielen und mein Ex-Freund auch eine große Rolle spielt, weil das so mit einer der prägendsten Männer in meinem Leben, glaube ich, war. Der mir halt gezeigt hat, dass man auch Männern vertrauen kann, weil ich glaube, ich noch ein größeres Problem habe, überhaupt Männer an mich ranzulassen und also vor allem emotional, da mache ich es so verdicht. Also ich glaube, es gibt bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einem gewissen Verknalltheit und Gutfinden, aber darüber hinaus auch nicht. Es gibt ganz viele Dinge, wo ich mit Männern überhaupt nicht klarkomme und ich glaube, ich manchmal so ein bisschen bereue, dass ich ihn kennengelernt habe zu einer Phase im Leben, wo ich glaube ich noch gar nicht dafür bereit war, das auszuprobieren und ich definitiv momentan so ein bisschen dahinter her bin, für mich herauszufinden, warum ich mich emotional nicht an Mann bilden kann. Oder warum es nur ein bisschen ein bisschen grenzelt geht, weil es ist durchaus so, dass ich einen Mann sexuell attraktiv finde und auch so attraktiv finde, aber da immer was mitschwebt irgendwie, was ich nicht definieren kann. Und ja, ich es ein bisschen schade finde, weil das so ein Mann ist, bei dem ich das glaube ich ganz gerne ausprobieren würde und mich das durchaus reizt, aber das einfach auch so momentan da nicht möglich ist irgendwie. Und ja, es sind halt so ein paar Geschichten, die mich momentan bewegen oder die halt eine Rolle spielen. Aber ich glaube, momentan das Wichtigste ist für mich eine Konstante zu finden, die, mit der ich leben kann und mich wieder emotional auf was einzulassen und erstmal versuchen, doch irgendwann mal den Punkt zu finden, zu sagen, so ich versuche jetzt mal mir selber klar zu kommen. Weil ich weiß zwar eigentlich, dass ich an dem Punkt bin, aber wenn dann irgendwas kommt, dann reizt einen das und dann bringt man sich immer wieder in diese Situation und dann, keine Ahnung, es wäre Konflikt gewesen. Die Definierung für mich spielt schon eine ziemlich große Rolle, weil ich weiß, dass ich mich immer als lesbisch definiert habe und das glaube ich auch immer noch tue und das eine ganze Zeit lang für mich überhaupt keine Rolle spielt, ob ich mal Männer toll fand und auch mal was mit Männern hatte. Das war nie zu so einem Punkt, dass ich gesagt habe, oh, das kommt so nah an mich ran, dass ich sage, irgendwas stimmt nicht und irgendwas, es gibt nur so einen gewissen Punkt, der mich davon abhält, auch mit einem Mann zusammen sein zu können. Und ich habe mir halt einfach so dieses Leben als, ich sage mal, Lesbe auch aufgebaut und diese Perspektive halt auch aufgebaut. Und es ist wahnsinnig schwer, glaube ich, vielleicht ist das auch einer der Gründe, was mich einfach zurückhalten lässt und mir einfach sagt, ich möchte gar nicht so weit gucken oder möchte gar nicht unterbewusst nicht so weit gehen, dass es mit einem Mann funktionieren könnte. Weil diese Vorstellung, um einen Mann zusammen heiraten und Kinder zu kriegen, ist für mich so konventionell, dass ich das schon wieder irgendwie komisch finde, weil ich nicht so normal sein will irgendwie. Also es ist halt ein totaler Konflikt mit mir selber. So und für mich ist es aber tierisch wichtig, mich zu definieren. Weil ich merke immer, sobald ich mit einem Mann zusammen bin, habe ich das Gefühl, so mein ganzes Leben, was ich mir aufgebaut habe, in den Bereichen, in denen ich arbeite, in den Bereichen, mit denen ich mit meinem größten Freundeskreis ja im Endeffekt, ich habe alles Gefühl, das sind so Dinge, die dann zusammenbrechen. Und was ich eigentlich total komisch finde, weil ich einfach eigentlich auch der Meinung bin, dass ich mich nicht definieren muss, aber das doch anscheinend so eine große Rolle spielt, dass mich das sehr verunsichert. Also ich hatte nie Angst, in der Szene nicht akzeptiert zu werden, nur weil ich sage, ich habe einen Freund. Weil die Menschen, bei denen es mir wirklich wichtig ist, was die denken, war das nie ein Thema. Auch auf der Arbeit ja nicht. Da bin ich ja auch immer offen mit dem Thema umgegangen. Und die Menschen, bei denen es mir nicht interessiert ist, sind mir auch eigentlich relativ egal, was die über mich denken. Weil ich, wie gesagt, schon immer war mit dem Kopf durch die Wand und mir war das im Endeffekt egal. Also ich bin nicht mit irgendeinem Menschen zusammen, den ich nicht mag, für den ich nicht auf etwas einstehen würde. Und aber es ist für mich tatsächlich so gewesen, dass als ich das erste Mal wirklich nach langem mit einem Mann zusammen war, nicht in so meiner Austestungsphase, als ich noch sehr jung war, oder sehr jung, vor zehn Jahren ungefähr, sondern jetzt halt, da habe ich gemerkt, dass ich das erste Mal so dieses Gefühl eines Coming-outs hatte. Weil es ja immer ganz klar in meiner Familie war, dass ich ja Frauen stehe. Und mich auch alle Menschen in meinem Umkreis immer als Lesbe wahrgenommen haben. Und dann da hinzugehen und zu sagen, ich habe jetzt einen Freund, war für mich total komisch. Und war für mich, also ich konnte mich auch überhaupt nicht locker so verhalten. Und so, weil ich immer so das Gefühl hatte, mich beobachtet jemand. Oder auch wenn ich über die Straße zum Beispiel gegangen bin, dann hatte ich das immer, dass wenn ich mit einem Mann über die Straße gehe, die Leute eher gucken, als wenn ich mit einer Frau über die Straße gehe. Weil das so eine innere Sache ist. Ich einfach so denke, jeder sieht, dass ich gerade was tue, was einfach überhaupt nicht ich bin. Oder wo ich immer das Gefühl hatte, dass das nicht ich bin. Und ich weiß, das erste Mal habe ich mich wohlgefühlt bei meinem Ex-Frau, bei meinem ersten Freund nach langem. Wo ich dann nicht so viel darüber nachgedacht habe. Und das weiß ich nicht. Weil, ja, keine Ahnung. Also das ist schon sehr komisch. Das ist halt eine total innere Sache. Und das hat überhaupt nichts irgendwie mit dem zu tun, was die Gesellschaft für normal empfindet oder so. Ich bin eher so jemand gewesen, der damit nicht klar gekommen ist, wenn mein Partner das nicht bekonnte. Also ich weiß zum Beispiel, dass meine erste wirklich lange Beziehung, lange Beziehung, ein Jahr, nicht so diejenige war, die in der Öffentlichkeit ein Händchen gehalten hat und so. Und das war für mich ein totales Problem. Sie hatte zwar mal Ausreden und so, ich weiß im Nachhinein so ein bisschen, woran es liegt, aber, ähm, oder woran es lag. Aber, ähm, das fand ich immer ganz schlimm. Auch so diese Einstellung, ja, können ja irgendwelche Leute irgendwas sagen oder so. Wo ich immer sage, so, ja, weißt du was, da scheiße ich drauf. Also das war immer so meine Einstellung. Und, ähm, ich möchte halt auch einfach nicht dieses Gefühl haben, was man ja dann, jeder Mensch, der jetzt so, dass es was mit einem selber zu tun hat, dass man das nicht will. Und, ähm, nee, das habe ich immer ganz offen. Es ist für mich auch, für mich ist es so normal, dass ich, ähm, weiß ich nicht, dass ich da überhaupt nicht drüber nachdenke, ob ich das tue oder nicht. Für mich ist es einfach ganz normal. So, und, ähm, ich glaube auch, nur so kann man in der Gesellschaft das irgendwie, wenn man selber immer Angst hat und sich immer zurücktut, weil man irgendwie den Leuten ja, man könnte da stehen und man küsst und irgendwie im Gang gefällt das nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Also das ist sowas für mich, also wenn man für Toleranz kämpft, dann muss man auch so denken, glaube ich. Oder so einfordern von einer Gesellschaft, das zu akzeptieren, glaube ich. Ich bin so ein Mensch, der denkt, ich möchte toleriert werden. Also, ähm, gehe ich auch ganz offen damit um, dass das für mich ganz klar ist. Ich weiß aber, dass vor allen Dingen, Schwuler ist ja nochmal schlimm, also das ist ja nochmal schlimmer angesehen, quasi als lesbisch sein. Ich glaube, dass das als Lesben leichter ist, zum Beispiel, als als Schwuler. Also so lerne ich das immer wieder in der Gesellschaft kennen. Also so ist es für mich. Und, ähm, ich muss aber auch verstehen können, dass man, dass es einfach Menschen gibt, die da Angst vorhaben, weil sie gewisse Dinge erlebt haben, klar, und weil Gewalt eine Rolle spielt. Und, und so, ne. Also, in erster Linie, finde ich, ist das eine Angelegenheit, vor allen Dingen von höheren Menschen, von höheren Positionen, ähm, ganz klar zu sagen, so, das ist rein rechtlich gesehen auch, zum Beispiel, anerkannt. Es gibt ja immer noch Länder, wo das nicht so ist. Bei uns ist es ja schon, ne. Aber zum Beispiel, bei uns ist auch noch nie, die Hungen-Uhe nicht gleichgesetzt mit der normalen Ehe. Und das sind so Dinge, wenn das der Staat, oder wenn gewisse höhere Positionen das der Gesellschaft nicht vorleben, dann fällt es immer auf. Es ist immer irgendwie nicht was Normales, wenn es einfach nicht als normal anerkannt wird. Es ist ganz schwer zu definieren. Ich finde, dass gerade im Kindergarten oder in der Schule das Thema Homosexualität gleichgestellt wird mit Heterosexualität. Weil ich glaube, dass wenn du ein Kind so aufwächst, so von wegen, so, pass mal auf, wie du liebst, ist im Endeffekt egal. Man kann ja glücklich sein, dass man überhaupt lieben kann oder dass man irgendwie sich selber so entfalten kann. Ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass das für Kinder, ne, dass man sich einfach so entwickeln kann und sich so entfalten kann. Weil man wird ja, indem einem vorgelebt wird, das und das darfst du nicht, wird einem Kind ja schon quasi sich verboten, sich in die Richtung zu entwickeln. Das wird ja schon eingeschränkt in seiner Entwicklung, in seiner Entwicklung, egal in welche Richtung. Und das finde ich absolut. Ich meine, wir machen Sexualaufklärung, fängt im Kindergarten schon an und ich finde, da gehört Homosexualität rein. Ganz klar, das gibt es auch gleichgeschlechtlich und nicht nur mit Mama und Papa oder nicht nur mit Mann und Frau.